Unsere Anwesenheit wird Kana nicht lange verborgen bleiben. Wir sollten so schnell wie möglich eine starke Verteidigung errichten und uns auf ihre Angriffe gefasst machen. Wir müssen mehr über diese Tempel in Erfahrung bringen. Doch wir benötigen auch Eisen, um eine schlagkräftige Armee aufzustellen. Wir sollten das Dorf Ameti aufsuchen und hoffen, dass seine Siedler nicht auf der Seite von Kana stehen. So. Ah, wie machen wir das am geschicktesten? Am besten so. Nö. Am besten so, würde ich sagen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Verstanden. Sofort. Aber hier kann ich durchgucken, was hier ist. Also den Sektor brauchen wir auf jeden Fall, weil hier noch Wild ist, weil hier Holz ist und Stein, was wir brauchen. Selbiges geht für den Sektor hier. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Der kostet 200 Gold und der andere. Wie ihr wünscht. Auch 200, okay. Schon unterwegs. Oh, wir kommen da doch nicht durch. Auf euren Befehl. Sofort. Jawohl. Wie ihr wünscht. Doch kommen wir. Alles klar. Jawohl. Ihr werdet Schafe. Jawohl. Hier Kühe und noch mehr Fisch. Wie ihr wünscht. Jetzt aber erst einmal eine Räucherei. Wenn das Holz ankommt, eine Metzgerei. Und dann die beiden Holzfäller als nächstes upgraden. Ja. Die beiden Holzfäller. Sofort. Schon unterwegs. So, Miskerei. Jawohl. 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 Auf euren Befehl. Ei. Ei. Verstanden. Okay, hier würde es einen Weg rüber geben. Nee. Sofort. Jawohl. Also, ich habe für ein bisschen Nahrung, um die Gebäude zu versorgen, ist gesorgt. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ist hier noch ein Tempel oder ist das Kanas? Nein, das ist auch ein Tempel. Ei, jawohl. Schon unterwegs. Alles klar. Ihr, hier, so rasch. Aber nachdem dieser Nichtsnutz prattert mich und Verzeihung anklehte, ahnte ich bereits, dass ihr unterwegs seid. Nun, so sei es. Wir werden die Entscheidung suchen. Hier, auf meinem Land. Erwartet keine Gnade von mir. Haltet durch. Wir werden euch im Kampf unterstützen. Tela wird uns weitere Truppen senden. Ah, sehr gut. Da kommt Verstärkung. Ei. Was? Naad. Naad. Entfer EKD. Da? Naad. 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 Ei, nicht aufgeben! Verstanden! Auf euren Befehl! So, theoretisch könnte ich die Kleindarmen benutzen, um... Naja, den Tempel niederzubrennen, aber noch bin ich im Aufbau, also warte ich damit noch ein bisschen. Ich werde mich für die Schande rächen, die ihr mir bereitet habt! Sofort! Kommt endlich zur Besinnung, Prapat! Diese Schlange hat euch den Kopf verdreht! Jawohl! Okay, da kommen wir nicht rein, da kriegen wir höchstes Bogenschützen ab. Und ich glaube, dass da oben ist ein Prapatsherlager.